Also ElbkickTV, das kennt ja mittlerweile jeder hier im Norden. Also ich finde ein ganz tolles Programm für den Amateurfußball. Und jetzt gibt es demnächst auch RheinkickTV. Auch da alle Informationen zu den Amateurmannschaften ums Rheinland, im Rheinland. Also es lohnt sich unbedingt da einzuschalten. Das wird eine ganz tolle Sache.